Sie sagt ganz klar, ich hätte nur Gefühle für sie, wenn sie mich nett behandelt. Und das stimmt auch, wenn mich nicht nett behandelt, zudem kann ich automatisch auch wenig Gefühle entwickeln. Sie sagt, sie erwartet es, dass man ihr gegenüber auch Gefühle hat und sie mag, wenn sie einen nicht so nett behandelt und dafür ihren wahren Charakter schätzt und die Eigenschaften und die Person an sich und nicht nur, wie sie sich mir gegenüber verhält und zeigt. Und das kann manchmal alles andere als nett sein, wenn sie nämlich wieder Verhaltensweisen findet, die nicht Gentleman sind, die sie nicht behandeln wie eine Prinzessin und die sich nicht nur mit ihrem Leben inhaltlich auseinandersetzen. Ich muss dazu sagen, wir kennen uns seit zwei bis drei Monaten. In den ersten drei Wochen ist ziemlich viel passiert, also Gefühle, Knutschen, ins Bett gehen, das volle Programm. Danach war sie acht Wochen in Argentinien in den Semesterferien und ist seitdem in Deutschland nicht mehr glücklich, laut ihrer Aussage. Und ich würde sie auch nicht glücklich machen. Und das höre ich mir jetzt seit circa vier Wochen an und überlege jetzt, die Sache gut sein zu lassen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, einem Mädchen in dem Alter mit diesen Forderungen zu folgen. Ich habe so etwas noch nie erlebt und denke, das gibt es auch nicht allzu häufig. Vielleicht nicht in der krassen Ausprägung, aber das gibt es schon relativ häufig. Ich frage mich nur, was ich bei der ganzen Sache lernen soll. Mein Weg weiterzugehen oder auf die Forderungen einzugehen, was ich für Selbstmord halte. Vielleicht haben Sie zu diesem Thema ein paar Gedankengänge. Ja, vielen Dank für diese Mail. Es ist eine relativ lange Mail. Ich empfehle Ihnen, lassen Sie es sein. Denn Sie tun dieser Frau keinen Gefallen damit, indem Sie ihr Muster die ganze Zeit bedienen. Denn wenn Sie jetzt lieb und nett sind und Schauspielern und den Gentleman markieren und sich hier vor das Auto schmeißen sozusagen und sich wirklich zum tanzenden Affen machen, das bringt dieser Frau auch nichts. Ihnen bringt das natürlich auch nichts, aber dieser Frau bringt das auch nichts. Wenn diese Matrix-Muster, die die Frau hier laut und deutlich auslebt, wenn die immer wieder auf Bestätigung treffen sozusagen. Das funktioniert nicht. Dann wird die nie daraus lernen. Wenn Sie jetzt natürlich die Reißleine ziehen und sagen, hör mal zu, du bist mir einfach ein bisschen zu verrückt. Diese ganzen Erwartungen, mich macht das einfach wahnsinnig. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Dann haben Sie die Chance, diese Frau zu inspirieren. Das wird vielleicht erstmal hart sein für diese Frau. Aber vielleicht ist es einfach mal nötig in Ihrem Leben, um aufzuwachen. Wenn diese Frau nämlich jetzt die nächsten 10 oder 15 Jahre, einfach mal angenommen, immer wieder hört, ja Schatz und du hast ja recht und Mensch, ich bin ja schuld und ja absolut, du hast recht, ich mache das für dich und so weiter und so weiter. Ja, dann hat die Frau nie die Chance aufzuwachen. Dann bekommt die immer wieder dieses Matrix-Muster bedient. Und lebt dann immer in diesem Schnulzen-Roman sozusagen, in dieser Hollywood-Fantasie. Und das hilft den Männern nicht und das hilft den Frauen nicht. Und Sie haben noch gefragt, was Sie daraus lernen können. Sie können meines Erachtens lernen, Ihr eigenes Ding zu machen daraus, eine Entscheidung zu treffen. Ja, was sind Sie für ein Typ? Was wollen Sie in Ihrem Leben? Das ist die Entscheidung, die im Moment ansteht. Und was passieren kann ist, selbst wenn Sie jetzt Schluss machen sollten, ja, natürlich Ihr Ding, was Sie machen, aber selbst wenn Sie jetzt Schluss machen sollten, dann kann es sein, dass Sie sich als nächste Frau wieder sowas ins Leben ziehen, wieder eine Frau ins Leben ziehen, die eine Drama-Queen ist und unheimlich auf Drama aus ist. Und, ja, dann kann es sein, dass es so ein Muster von Ihnen ist, sich immer wieder Drama-Frauen anzuziehen sozusagen, die den ganzen Tag Stress machen und ihr Muster bedienen sozusagen. Das heißt, Sie haben hier meines Erachtens eine riesen Chance, eine perfekte Chance, Ihr eigenes Ding zu machen, persönlich zu wachsen und gleichzeitig auch noch die Chance, einen anderen Menschen zu inspirieren, auch wenn das von der Frau, sollten Sie Schluss machen, wahrscheinlich nicht gerade als positive Inspiration wahrgenommen wird, aber im Endeffekt wird es das wahrscheinlich oder hoffentlich sein. Und gesetzt den Fall, Sie beenden das wirklich, dann machen Sie es so nett wie möglich. Sagen Sie klar und deutlich, was los ist, was Sie stört, warum Sie Schluss machen, aber machen Sie keine Rache-Aktion draus oder irgendeine sonstige ekelhafte Aktion. Seien Sie so nett wie möglich und sagen ihr gleichzeitig ganz klar und deutlich und bestimmt, was Ihrer Meinung nach in Ihrer Beziehung falsch gelaufen ist. Beziehung, zwei, drei Monate. Okay, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao.